Dieses zu veräußernde gut gepflegte 5-Zimmer-Ein-Familienhaus steht in Glienicke. Das im Jahr 2007 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen, es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über eine Einliegerwohnung, es hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1372 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 137 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 379.000 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020